Das Notebook ASUS G51J wird mit Windows 7 Home Premium in 64-Bit ausgeliefert. Im Lieferumfang befindet sich das Nvidia 3D Vision Kit, bestehend aus Schatterbrille und Sende-Einheit. Damit kann das Notebook Filme, Bilder und Spiele in 3D darstellen. Das Gerät bietet die wichtigsten Schnittstellen. Zusätzlich sind unter anderem HDMI, Firewire und eSATA verbaut. Der Multiformat DVD-Brenner liest und schreibt DVDs und CDs, Blu-ray-Medien kann er wiedergeben. An drahtlosen Schnittstellen ist WLAN nach Standard N sowie Bluetooth vorhanden. Es sind zwei Festplatten zu je 320 GB verbaut. Das spiegelnde 15,6 Zoll große LED-Display stellt 1366 zu 768 Pixel dar. Es hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Arbeitsspeicher ist 4 GB groß. ASUS verbaut den Intel Core i7 720QM. Die CPU taktet mit 1,6 GHz. Im Turbo Boost-Modus kann sie sich auf bis zu 2,8 GHz übertakten.